Wir wollen heute eine Geschäftsbriefvorlage erstellen und zwar eine gesicherte Vorlage, die man nicht überspeichern kann. Deshalb ist es auch eine Vorlage. Wir sehen hier seitlich haben wir die Knick- und die Lochmarken. Das haben wir in einem anderen Video schon mal gezeigt, wie so etwas eingebaut wird und hier unten noch in der Fußzeile Geschäftsangaben. Es gibt zwei Varianten, eine B-Variante und eine A-Variante von den Seitenrandeinstellungen oben, je nachdem, was man für einen Firmenkopf vielleicht hat, was man für Logo hier verwendet. Braucht man hier vielleicht mehr Platz oder auch weniger und je nachdem kann man dann eine der beiden Varianten auswählen. So, wir bauen uns das hier jetzt selber nach aus einem ganz neuen Dokument. Ich sage hier Datei, neu, leeres Dokument. So, und dann geht es erstmal los mit den Seitenränder, Seitenlayout, Seitenränder, Benutzerdefiniert und ja, hier haben wir gesagt, wir machen hier die Variante, wo wir oben dann weniger Platz haben für das Firmenlogo, aber dafür mehr Platz im Brief. Links sind es zweieinhalb Zentimeter und rechts sind es zwei Zentimeter. So, jetzt kommt die Tabelle, Einfügen, Tabelle, wir brauchen zwölf Zeilen, haben wir hier keinen Platz in dem Feld, also sagen wir mal Tabelle einfügen und vier Spalten und zwölf Zeilen brauchen wir. Jetzt können wir gleich was machen, wenn wir hier sind, eine Zeilenschaltung und schon, ich mache mal die Absatzmarken an, sehen wir hier eine Leerzeile und diese Leerzeile, wie wir es ja vorher schon gesehen haben. Hier, da brauchen wir die Absendeangaben, die füge ich jetzt hier einfach nur mal ein und das Ganze ist in Schriftgröße 8 gehalten. So, und jetzt geht es darum, hier die Größe der einzelnen Spalten zu bestimmen. Das mache ich, indem ich hier den Cursor positioniere, Tabellentools, Layout und dann unter Eigenschaften kann ich dann die entsprechende Spaltenbreite definieren. Hier gehe ich auch auf Spalte. Jetzt sind wir hier in Spalte 1 und jetzt kann ich hier sagen 8 und dann sage ich nächste Spalte. Jetzt bin ich auch in der nächsten Spalte. Die nächste Spalte hat die Breite 1,5. Wieder nächste Spalte, da haben wir dann 3,5. Und die letzte Spalte hat 4. So, dann können wir das Ganze mit OK schließen und wir haben jetzt die entsprechenden Spaltenbreiten. Hier ist es auch nochmal angezeigt, hier hätten wir es auch einstellen können und 8 cm. So, dann brauchen wir hier die Leitwörter. Mal schauen, ob wir uns die einfach rauskopieren können. Dann sparen wir uns ein bisschen Tipparbeit. Ja, hätten wir machen können. Dann ist die Arbeit zu viel. Die löschen wir wieder und dann passt wieder alles. Also, das sind die Leitwörter, die Kommunikationsangaben und das Datum. Und jetzt, was schon geschehen ist, wenn man hier normalerweise schreibt und die Schrift ein bisschen kleiner macht, dann kann man das eigentlich ganz gut sehen. Ich zoome hier mal ran. Und zwar, die Schrift, die richtet sich nach oben links aus. Es gibt hier unter den Tabellentools, Layout, gibt es hier verschiedene Ausrichtungsseiten. Hier haben wir Mitte, Mitte, so wie im Kino. Dann Mitte, oben, Mitte, links und oben, rechts. Dann haben wir hier Mitte, links, Mitte, rechts und dann haben wir unten links, unten Mitte und unten rechts. Und hier müssen wir schauen, dass das entsprechend mittig ausgerichtet ist. Dadurch, dass wir es jetzt kopiert haben, ist das schon der Fall. Und das hier stellen wir wieder auf links oben. Dazu aber später mehr. Wir stellen das hier nämlich auch noch um. Und das hier, das müssen wir noch ändern. Das hat auch die Schriftgröße 8, die letzte Spalte. Und man sieht hier auch deutlich, wenn man jetzt hier was schreiben würde, es ist oben ausgerichtet. Hier sagen wir auch Layout und dann mittig ausrichten. Was noch gegangen wäre, was möglich wäre, dass man hier nicht zwischen zwei Spalten unterscheidet, sondern dass man praktisch hier nur eine Zelle hat und dass man dann die entsprechenden Angaben hinter dem Doppelpunkt schreibt. Aber ich finde diese Aufteilung hier übersichtlicher. Gut, was jetzt noch fehlt, ist, dass man die ersten drei Zeilen verbindet. Bloß aufpassen, nicht, dass mir die Schrift hier, die muss hier wieder gleich groß sein. So, und dann können wir die ersten drei Zellen verbinden. Das geht unter Tabellentools, Layout, Zellen verbinden. Und wir schauen, dass die Schriftgröße 12 wieder drin ist. Und hier ist ja Platz für den postalischen Vermerk. Und dass wir hier nicht hergehen müssen und dann nochmal eins, zweimal schalten müssen, indem wir dann hier anfangen können, machen wir doch das Ganze so. Wir formatieren das, Tabellentools, Layout, links unten. Und wenn man einen postalischen Vermerk hat, braucht man nur an die Stelle zu klicken und dann loszuschreiben. Die anderen Zeilen, die werden auch markiert. Das sind also die letzten. Hier haben wir die ersten drei und hier haben wir dann die letzten. Die werden auch entsprechend verbunden und an der Stelle hat dann die Adresse Platz. Und da unten geht es wie gewohnt weiter. Nach zwei Leerzeilen haben wir den Betreff. Dann haben wir die Anrede. Und dann kommt der Brieftext. So. Jetzt fehlt noch, dass wir die Gitternetzlinien ausblenden. Dazu markieren wir die Tabelle. Normalerweise erscheint hier so ein kleines Kästchen. Warum nicht? Ist der Zoom so groß? Nö. Na gut, dann müssen wir es manuell machen. Einfach mit dem Cursor hier oben hin, bis wir so einen Pfeil bekommen. Maustaste gedrückt halten, nach rechts rüber ziehen und dann ist die Tabelle markiert. Und wir blenden jetzt alle Gitternetzlinien aus. Also hier Rahmen-Tool, kein Rahmen. Wir würden das auch finden im Entwurfsmodus. Hier haben wir auch nochmal die Rahmen. Und dann sind die entsprechend ausgeblendet. Hier sieht man dieses Kästchen nochmal. Jetzt habe ich es nochmal eingeblendet. Wenn man hier draufklickt mit diesem Doppelpfeil, dann ist die Tabelle markiert und dann kann ich hier sagen, keine Rahmenlinien. Und dann sind die ausgeblendet. Und diese komischen Kreise mit dem Kreuz dahinter, die erscheinen nur, wenn die Absatzmarken eingeschaltet sind. Denn ansonsten schaut das Ganze so aus. So, dann haben wir gesagt, in der Fußzeile hier, wenn wir hier einen Doppelklick machen. Hat nicht funktioniert. Dann müssen wir es ein bisschen kleiner machen. Jetzt sind wir in der Fußzeile und hier können wir eigentlich aus dem anderen Dokument die zusätzlichen Angaben rauskopieren und hier entsprechend einfügen. So, was man hier noch machen kann, ist, über diese Angaben könnte man noch hier eine Rahmenlinie oben setzen. Und der Vorteil ist dann, das grenzt sich vom Brieftext ab. Und falls der Brief über zwei Seiten geht, dann hat man diese Angaben immer ganz unten parat. Die Lochmarken und Faltmarken oder Falsmarken, die machen wir jetzt mal nicht rein. Und dann wären wir jetzt eigentlich fertig mit dieser Briefvorlage. So, jetzt wollen wir sie speichern. Wir sagen Datei speichern. So, hier speichern wir mal unseren Brief jetzt ganz normal. Brief, normal. Und schließen das Ganze. Man sieht hier jetzt, wir haben ganz normal den Brief gespeichert. Das sieht hier so aus. Hat also keinen orangenen Umschlag. Und ich mache jetzt dieses Dokument nochmal auf. Wenn ich jetzt, das war ja ein anderes Dokument. Das ist unser Dokument. Also, wenn ich hier jetzt sage Datei speichern unter. Und stelle um von Word-Dokument auf Word-Vorlage. Brief, normal, Vorlage. Steht hier auch oben dann nochmal und macht das Ganze zu. Dann sehe ich hier, jetzt habe ich auch eine Briefvorlage erstellt. Und die hat die Endung .x. Was ist jetzt der Vorteil von dieser Vorlage? Wenn ich ein Dokument aufmache und hier Veränderungen eintrage, also wenn ich jetzt hier schon mal die Adresse schreibe und klicke auf Speichern, mache das Ganze zu, druck es aus, je nachdem und möchte diese Briefvorlage nochmal verwenden, mache die auf und dann sehe ich, da hat schon jemand was eingetragen. Das kann mir hier nicht passieren, wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, dann geht es als ganz normales Dokument auf. Hier steht auch Dokument 1. Und wenn ich jetzt speichern möchte, Datei speichern unter, dann wird es als Word-Dokument vorgeschlagen. Und wenn ich einfach nur auf die Diskette klicke, ebenfalls. Also ich habe gar nicht die Möglichkeit, das hier entsprechend zu überspeichern. Kurzer Hinweis noch, falls ich die Vorlage ja nochmal vielleicht verändern möchte, dann muss ich hier mit einem Rechtsklick drauf gehen und dann muss ich sagen öffnen. Dann sehe ich oben auch am Dateinamen Brief Normal Vorlage und hier kann ich jetzt auch entsprechend Veränderungen vornehmen. Und dann kann ich hier einfach nochmal auch mit einem Mon simplemente auf den valor Adventscheid. Dannzyć das hierherunterschiedlich, ich goze, ich muss das hierhin dann links reinigen, sondern nachdem in der Dunstallçãobum Mannschaft. Dann kann ich miremor ein Chic молодaced kraiko immer gleich carnivalentieren machen, aber dann mache ich jetzt das ziemlich gut. Dann gehe ich jetztarte mit einer Corona- et frequency Frehings Meinung nach. Da palabra ich mich ungefähr sehr boiler amendment Econium. Vielen Dank.